. Ja! Ende! Ende! Ja! Ende! Ja! Zurecht wollt ihr euch, denn es sind Ferien. Ja! Und Ferien, sieht was ganz besonders. Denn da hat man sehr viel Zeit zum Entspannen. und vieles mehr. Und was man also machen kann, das zeige ich euch jetzt! Willkommen bei der Herzferie-Tipps 2011. Ihr habt mal zum Beispiel den Kuchen streiten lassen in den Herzferien oder zum Beispiel Kastanien sammeln mit Instagram. Macht immer wieder Spaß. Und natürlich mit der ganzen Familie Gesellschaftspiele spielen. Das natürlich auch sehr viel Spaß machen kann. Und natürlich Fernsehen gucken. Du musst immer dabei sein. Oder wie in Asi zacken, bis die Kastatur kaputt geht. Nur nicht so. wie dieser Juni. Denn dieser Juni hat sie nicht mehr alle. Ja. Das waren die TV-Tipps. Äh, die Erfferien-Tipps. Ja. 2011. Ja. Hallo. So. So, das waren die TV-Tipps. Mal sehen, was ihr daraus macht. Aus dem TV-Tipps. So. Und jetzt kommen wir zum anderen Thema. Sicher habt ihr gemerkt, dass ich bestimmte Videos auf YouTube auflade. Weil, ja man kann sagen, die Ideen gehen mir langsam aus. Und ich will euch jetzt nicht äh, ja langweilen. Also immer dasselbe. Ist ja auch irgendwie geöffnet. Also wäre auch schön, wenn ihr mir, ihr mir immer wieder Tipps tippst. Ich lese die immer. Alle. Ich versuche die auch mal auszuführen. Da war zum Beispiel ein Tipp. Also eine Idee. Ich sollte für eine Tageshow Pornose machen. Äh, ja. Da bin ich dabei. Also ich hab noch nicht angefangen. Wenn ich ehrlich bin. Aber, ja. Ich würd's irgendwann mal machen. Irgendwann mal. Ne. Nein, jetzt wirklich. Ich mach es irgendwann mal. Irgendwann mal ja bestimmt. Ja. Und ja. Nicht zu vergessen. Weil das Alumin. Ja. Und so soll ein Alumin-Streich nicht aussehen. Ja. 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 Das war's auch mal wieder. Wenn ich sagen tschüss. Und nicht vergessen. Kommentieren. Also. Gib mir Tipps. Was ich so für Videos. Für euch machen kann. Ja. Und unten in den Kommentaren. Bisschen die Tipps. Hinschreiben. Tschüss.